Deine Regierung hat dich verarscht. Sie versprechen dir ein faires Leben, und du musst jeden Cent einzeln umdrehen. Sie boten dir ein angeblich sicheres Heim, und versprachen dir eine friedliche Welt. Sie schenkten den Massenmedien um dich klein zu halten, deine Stimme zu kaufen, und dir zu zeigen, wie sie dich manipulieren können, du hast es nicht mal gemerkt. Sie liefern Waffen an Saudi-Arabien nach Afrika und viele andere Länder. Deutschland ist drittgrößter Rüstungsträger der Welt. Diese Menschen in den Schwellenländern und Krisengebieten dieser Welt sterben dort, damit es dir hier angeblich gut geht. Wenn du auch nur ansatzweise nicht damit zufrieden bist, musst du etwas ändern. Du bist der Einzige, der die Macht hat, ihnen zu sagen, dass du das nicht möchtest. Kein Mensch der Welt darf dir befehlen, was du zu tun hast. Be free, be strong, be anonymous, join us. A vote for anonymous is a vote for the people. Anonymous 2012. Never forget, never forgive, vote Legion.